Was geht ab Leute? Euer Fripsys hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video möchte ich euch einfach mal die benutzerdefinierte Steuerung vorstellen, wo man halt selber ein paar Tasten auswählen kann, um die halt einfach zu konfigurieren. Beispielsweise ihr könnt bearbeiten mit Dreieck, mit der Pfeiltaste oder sonst was. Und außerdem soll es hier in dem Video darum gehen, dass ich euch zeige, wie dieses Bearbeiten funktioniert, ohne das Warten. Ihr seht ja selber Leute, wenn ich jetzt hier kreisgedrückt halte, dann kommt da immer so ein Ladesymbol. Und das werde ich euch zeigen, wie man das halt verhindern kann, dass das Ganze nicht vorkommt. Ich hoffe, dass euch dieses Video auf jeden Fall weiterhilft. Lasst mir gerne mal einen Daumen, dafür geht es auf jeden Fall nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Außerdem Leute, vielleicht schaffen wir die 17 Likes hier auf dem Video. Wäre auf jeden Fall mega nice. Also lasst umso mehr einen Daumen da. Fangen wir doch mal jetzt mit dem Video an. Let's go! So Leute, um natürlich diese neue Bautechnik auszuüben, müssen wir natürlich dementsprechend etwas in den Kontrollereinstellungen umändern. Dazu gehen wir natürlich als allererstes mal zu den Kontrollereinstellungen. Und by the way, das funktioniert natürlich auch für alle anderen Konsolen, außer beim PC. Da kann man ja sowieso selber alles konfigurieren. Hierbei ist es dann so Leute, dass ihr dann unten angepasst auswählt. Wenn ihr jetzt angepasst ausgewählt habt, Leute, drückt bitte hier einmal die Vierk-Taste und wählt hier einfach euer Menü aus, mit dem ihr gerne baut. Ich denke mal, die meisten von euch bauen mit Baumeister. Deswegen wählt ihr dann beim Zurücksetzen auf Standard Baumeister aus. Dann setzen sich nämlich bei angepasst alle Einstellungen auf Baumeister um. So, jetzt in dem Moment, wo wir jetzt hier sind, Leute, sind wir absolut im Baumeister-Menü. Ihr seht, das wird absolut keinen Unterschied geben. Ich switch jetzt hier rüber. Ihr seht, das ist ein Null-Unterschied. Genau so muss es sein. Jetzt, Leute, ist es so, dass wir hier das Bearbeiten ja schneller machen möchten. Dazu gehen wir hin und gehen hier auf letztes Emote wiederholen. Es ist wichtig, dass es die Pfeiltaste nach links ist, da es den letzten Emote möchten wir nicht wiederholen. Das ist keine Sau, wisst ihr, wie ich meine? Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wollt, Teamverständigung entfernen, aber das ist auch so eine Sache. Da kann man eventuell das eine oder andere Mal brauchen, aber letzten Emote wiederholen braucht eigentlich gar kein Mensch. Dazu geht ihr jetzt hier einmal hin, drückt dann einmal X-Taste. Dann ist es so, Leute, dass ihr hier runter geht auf, ihr seht, hier ist das normale Bearbeiten. Und dann, Leute, müsst ihr auf dieses Bearbeiten drauf. Denn überall, wo keine Taste ist, Leute, wie hier bei Nachladen beispielsweise, bei Ducken oder so, das sind alles Sachen, die einmalig zu drücken sind und direkt, Leute, sag ich jetzt mal, duckt der Charakter sich oder ohne Verzögerung halt einfach. Dementsprechend, wenn ihr jetzt das Bearbeiten haben wollt, ohne Verzögerung, by the way, ganz kurz, ihr könnt nochmal rechts sehen, beispielsweise rechts oben, da steht halt in Aktion zweimal tippen. Da seht ihr bei Bearbeiten, da muss man halt das Ganze gedrückt halten, um halt natürlich in diesen Bearbeitungsmodus zu kommen. Und jetzt mit meiner Taktik wird das einfach nicht mehr passieren. Dazu geht ihr, wie ich bereits gesagt habe, auf das Bearbeiten und legt es auf die linke Pfeiltaste. Und jetzt, Leute, ist das Bearbeiten auf der linken Pfeiltaste. Aber wichtig ist jetzt, dass ihr das Bearbeiten auf der Kreistaste weiterhin dort lässt. Denn es ist wichtig, da wir das später brauchen werden. Werde es euch aber nochmal genauer erklären, warum, weshalb, wieso. Wir gehen jetzt hier einmal raus. Das ist es soweit gewesen, Leute. Wenn ihr möchtet, natürlich kann ich gerne nochmal eine Einschätzung machen, die übelst overpowered ist. Beispielsweise Baumenü mit Touchpad öffnen und so weiter. Da gibt es auf jeden Fall ein paar richtig gute Steuerungen. Da habe ich mich schon selber ein bisschen auseinandergesetzt. Also da kann ich euch auch nochmal ein gutes Tipps und Tricks Video machen. Aber jetzt, Leute, gehen wir hier einmal raus. Denn wir sind ja mit unseren Einstellungen fertig. Jetzt zeige ich euch nochmal, was passiert, wenn ihr etwas gebaut habt. So, wir können weiterhin mit der Kreistaste bearbeiten. Aber, Leute, achtet mal jetzt darauf, was passiert, wenn ich die Pfeiltaste nach links drücke. Ich bin direkt im Bearbeitungsmenü. Guck mal, das ist das Normale. Das ist mit Pfeiltaste links. Normal, Pfeiltaste links. Normal, Pfeiltaste links. Auf den ersten Blick, Leute, sieht es so aus, als ob es wirklich nicht so lange dauert. Als ob das gar keinen Unterschied macht. Aber die Kreistaste gedrückt halten, Leute, dauert. Beispielsweise, ich drücke einmal die Kreistaste. Ihr seht den Unterschied. Das lädt sich vielleicht nur bis zur Hälfte, bis ein Viertel auf. Das ist ein Tastendruck. Aber mit der Pfeiltaste links seid ihr direkt im Bearbeitungsmenü. Das heißt, wenn ihr gerade so richtig am Struggle seid, könnt ihr einmal hier die Pfeiltaste nach links drücken. Direkt bearbeiten. Und könnt halt das Element dementsprechend umändern. Also, überlegt jetzt einfach nochmal ganz kurz, wie ich das jetzt mache. Ihr dreht euch jetzt um, drückt einfach die Pfeiltaste nach links und könnt direkt bearbeiten. Ohne irgendwie Kreistaste gedrückt zu halten oder so. Warum ich jetzt gesagt habe, dass die Kreistaste aber weiterhin bestehen muss, ist, Leute, dass wir, wenn wir etwas bearbeiten. Also, warte mal, jetzt habe ich das falsch bearbeitet mit Kreis. Also, wenn ich jetzt die Pfeiltaste nach links drücke, bin ich im Bearbeitungsmodus. Jetzt bearbeiten wir etwas. Das Problem ist jetzt, Leute, dass ich jetzt nicht die Pfeiltaste nach links drücken kann. Denn das ist nicht zum Bestätigen da. Deswegen muss ich die Kreistaste wieder drücken, um es zu bestätigen. Das heißt, sozusagen, die Pfeiltaste nach links ist nur dafür da, dass ihr ohne Verzögerung direkt ins Bearbeitungsmenü kommt. Und die ein oder anderen von euch wissen, wie schlimm das eigentlich ist, weil man die Kreistaste gedrückt halten muss. Denn da gehen mindestens eine Sekunde verloren. So könnt ihr innerhalb von ein paar Millisekündchen einfach direkt ins Bearbeitungsmenü kommen. Deswegen, Leute, bleibt einfach die Kreistaste gleich, da wir das Ganze einfach umändern können, indem wir das Ganze bestätigen. So einfach. So viel auf jeden Fall zu dem Bearbeiten ohne Wartezeit. Also einfach ins Bearbeitungsmenü kommen ohne Probleme, ohne Wartezeit. Das könnt ihr mit anderen Sachen genauso tun. Ihr müsst da einfach ein bisschen rumprobieren, wie ihr das Ganze haben möchtet. Wie gesagt, die Position Teamverständigung ist auch noch offen. Da könnt ihr etwas anderes hin tun. Was weiß ich, nachladen, interagieren. Das, was ihr einfach möchtet. Das, was euch wichtig ist, sage ich jetzt mal. Ihr könnt auch Modus wechseln. So was. All solche Sachen. Das liegt natürlich alles bei euch. Ihr müsst halt einfach mal schauen, was ihr da am besten drauf packt. Ihr könnt auch komplett andere Sachen drauf packen. Ihr könnt auch so tun, als ob ihr mit dieser Taste, was weiß ich, die ganzen Bauelemente wechselt. Ihr könnt da Schießen drauf packen. Ducken geht auch, wie ich bereits gesagt habe. Ich packe einfach mal Ducken drauf. Dann seht ihr mal, wie das überhaupt ist. Jetzt ist das Problem aber, das erkläre ich euch ganz kurz. Das ist Ducken, Leute. Pfeiltaste nach links. Das Positive hierbei ist, dass man sich halt sehr schnell ducken kann. Aber im Großen und Ganzen bringt es halt wirklich nichts. Das Problem ist jetzt, Leute, dass aber die R3-Taste nicht verfügbar ist. Denn man kann nicht zwei gleiche Sachen auf eine Steuerung drauf packen. Ihr seht, das Ducken ist jetzt nicht gebunden. Das heißt, wir müssen auf R3 etwas anderes drauf packen. Etwas anderes geht aber in dem Falle nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Oder ihr macht das Ducken so. Eine Sekunde. Ihr könnt hier beispielsweise das Ducken ohne... Also einfach in Leer drauf packen. Und hier packt ihr das R3-Ducken und Reparieren hin. So. Genau so. Dann könnt ihr euch mit der Pfeiltaste nach links... Äh, Pfeiltaste nach rechts ducken. Könnt ihr sehen. Aber ihr könnt euch auch mit dem rechten Stick ducken. Das könnt ihr auch machen. Es kommt immer darauf an, Leute, wie ihr das Ganze konfiguriert. Also das ist jedem selber überlassen. Und an sich kann ich euch natürlich ein paar richtig geile Tipps damit zeigen. Ihr müsst mir nur Bescheid geben. Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und dann würde ich auch schon sagen, Leute, das soll es mit dem Video gewesen sein. Gerne mit euren Kollegen teilen. Und dann würde ich sagen, Leute, haut rein. Geht in mir die Flow. Euer Frips. Ciao. Ciao.